Yo, it's showtime! Weiter geht's mit GTA 5. Wir sind auf dem Weg zu dem Ding in Paleto, dem nächsten Raubüberfall. Es ist nicht weit, aber ich schnapp mir trotzdem ein Fahrzeug. Falls verfügbar, ich seh keins. Wo sind die Autos? Ich muss eins klauen. Wieso ist da keines auf dem Flugfeld? Muss immer eines bereitstehen für Trevor. So lauten meine Anordnungen. Was ist denn das hier? Ein ausgetrockneter Fluss? Oh, jetzt kommt der Zug. So, ein Zufall. Und Kojoten? Scheiße. Glaubst du, da wäre ein Auto in der Nähe? Gibt's doch gar nicht. Ja, danke fürs Anhupen. Spart mir einiges. Oh, ist das ein Mann oder eine Frau? Das ist ein bisschen was von beiden. Oh, die schießt auf mich. Weil es mir lieber, sie schießt auf mich wie die Bullen. Wenn sie die Bullen ruft, kann ich wieder eine halbe Stunde entkommen. Dazu habe ich keine Lust. Maul. Es ist soweit. Lester hat mich angerufen, letzte Folge. Ich soll in die Drogenhütte hier kommen. Aber ich weiß nicht, wohin genau. Wahrscheinlich oben. Er wartet oben auf mich. Aber wie soll das Kröpel da raufkommen? Der sitzt doch im Rollstuhl. Hat man ihn mit dem Flaschenzug raufgehievt. Wir machen's bei Tag? Was? Oh, schaut er das an. Gut, dass ich mich rasiert habe in letzter Folge. Das beste Alter, sag ich. Ich weiß nicht, dass ich mütig bin. Ja, aber ich erzähle dir was. 30 Jahre lang von Beziehung zu der Welt's angriest Mobb Boss würde jeder jemanden verrückt. Du hast nicht die Situation nicht leichter gemacht. Oh, da ist eine Überraschung. Ich wusste, was wird dir sein, was du dir gemacht hast. Ich vermiss meine Familie. Oh, du bist voll von sch***. Alles, was du gemacht hast, war es ignorieren. Und jetzt, dass sie weg sind, du sie vermissst. Lester ist auch noch da. Wer ist er? Der sitzt im Anzug. Der ist auch noch da. Der ist auch noch da. Der ist auch noch da. Alle in schwarz, das ist ein bisschen auffällig, ne? Schwarz-Weiß. Gut. Er wird wahrscheinlich wieder nicht viel rausspringen dabei. Der letzte Raubüberfall war ja... Völlig unergiebig. Wieso können wir nicht direkt da rüberfahren? Schau, das führt mich doch die ganze Stadt. Naja, okay, ich folge dem Wegpunkt, sicher ist sicher. Vielleicht, um den Zweiteppen Zeit zu geben, ihre Diskussion zu beenden. Darum der lange Wegpunkt. Ja, 25 Jahre alt. Jesus! Jeff, will you tell these gentlemen about your first job? Tee, man. You could just as easily. You tell them. I'll do a sanity check. Trevor, the ultimate judge of sanity. Well, it was, uh, part of the interview process, I guess, is how you call it. Trevor knew I could cook. I wanted to see if I could handle myself. This Cash for Gold guy comes through town. It's the reason he had funds. Next thing, we're burying him and his bodyguard in the junkyard. Well, most of them anyhow. Ah, klar muss er abbiegen, das Rehnfee. Now, from killing to dismemberment. There, your turn to share, kid. I told you I don't remember the details, man. Leave him alone, Trevor. This is an important moment, Michael. Here we are. On our way to almost a certain back bondage. Pouring our hearts out and this guy is sitting here, soaking it up and giving nothing in return. Hey, can you go remember, give him a ton of money. Remember, I supposed to trust this man with my life and he doesn't trust me with the details of his first paint job. Well, how about you? Why don't you share with the group? I'm here, I'll back the facts. A chex cash place? I went in, took him for eight grand, walked out. Ah, it was a bit more complicated than that though, wasn't it, Tee? Maybe I knew you got it, maybe he ID'd me. Maybe you did six months. Maybe I was out in four, and that told me why we all had witnesses. That, children, is why you don't rob people that you know. They had the same idea, they took the boat with me, look. All right man, shit. Okay, the score was like two stacks, man. Two G? Take home on your first gig? That ain't bad, man. Man, the whole score was two stacks. That ain't Batman. Or Batman. Die pack went home. Money was useless, then? Die pack. Hahaha, you amateur. Diese Cinematic Cam ist riskant, vor allem wenn man Kurven fährt, so geht's. Oh nein, nicht schon wieder, die! Das war keine Lust, Gott sei Dank. Seid ihr bald fertig? Wir sind da! Soll ich langsamer fahren? Die haben das genau getimed, die Konversation. Worauf warten denn die? Auf Weihnachten? Bleib stehen, nur weil rot ist. Pengelig. So, Franklin bleibt hier. Verstehe. Ich bringe ein DIPAK, nur für dich! In die Nähe. Ich muss mich konzentrieren, Mann. Ups, scheiße, falscher Knopf. Ich wollte das Radio ausmachen, um mich zu konzentrieren. In die Nähe ist gut, das ist direkt vom Eingang. Geh in die Bank. Oh, ich hab schon die Maske auf. Darf ich auch laufen? Nein, ich muss gehen. Darf ich jemanden erschießen? Okay, was mach ich? Ah, er bohrt schon. Was war das denn Geräusch? Das ist ein Wechselgeräusch gewesen. Okay, mach auf. Oh, shit. Das war aber schnell. Das war, glaube ich, ein Zufall, dass die in der Nähe waren. Was schlau war, Trevor. Wir hätten sie reinkommen lassen. Hey, schau, das Geld ist gelingelnd in der Kasse. Ich war schon mal näher, Mann. Wie sollen wir da wieder rauskommen? Ich war schleierhaft. Ich weiß nicht, ob sie überraschieren. Ich töte mich zu schlecht, Leute. Jetzt lasse die Bestandungen gehen. Und, äh, wir sprechen wie Leute. Zeit, um die Musik zu treffen. Oh, Gott. Wow. Heilige Scheiße. Wo haben wir denn das her? Das ist mir irgendwie entgangen, dass ich die Minigun dabei hatte. Was ist das? Ich will das auch nicht. Was noch? Ich schieße genau durch. Wo soll ich jetzt hin? Ich glaube, ich sollte die kleine Nacht gehen. Und es klingelt immer noch. Ne, ich verliere wieder Geld. Oh Gott. Halt weg. Das ist wie beim Moneymaker. Noch ein Hubschrauber. Nein, zuerst die Pops. Oh, da geht's. Ne, mir fällt das Geld aus der Tasche. So hast du es nicht ordentlich eingepackt. Laufen ist da nicht. Oh, da kommt der Panzer. Wir sind auch schon gepanzert. Die Truppen sind hier. Perfekt. Ich verliere gar keine Gesundheit. Die treffen mich nie. Auch nicht auf die Beine. Da habe ich aber keine Panzerung. Right in front of us. Is that what I think it is? Hey, we're taking this score to buy one of them unwieldy motherfuckers. Oh shit. Armehubschrauber. Ich habe unendliche Munition. Hoffentlich darf ich die Minigun behalten. Ich hätte mehr Triathlon laufen sollen. Wo sind sie? Wo sind sie? Wir sind vor mir, aber ich sehe sie nicht. Go start a war. Ich habe den Überblick verloren. Das könnte ich auch noch hochjagen. Ne, das geht nicht. Ich weiß, du bist mir hier bezahlt. Du bist nicht egal, ob dieses Geld? Was genau soll ich jetzt machen? Außer Cops killen? Ich kann den Hubschrauber abschießen. Okay, ich muss zur... Das mache ich. Ich wechsle zu Franklin. Lass dem... Lass dem Computer die Arbeit erledigen hier. Die Tricksarbeit. Na, der schnellste bin ich auch nicht. Ich bin auf meinem Weg. Ich bin auf dem Weg. Nein! Ich bin schießen. Das ist irgendwie engartig. Ich bin zu langsam. Die schießen wir ins Kreuz. Oh, wow. Wie werde ich das Fahrzeug wieder los? Da ist der Panzer. Wow, der schießt mir jetzt. Uiuiui. Fuck! Ja, der schießt mir ins Kreuz hier. Das ist Harry auch hier, Mann. Chill! Oh, hier! Ey, Mann, die Leute sind überall. Okay, ich bin da. Aber wie das gegen den Panzer helfen soll, ist mir noch nicht ganz klar. Tja, der schießt einmal und weg. Vorbei ist es mit uns. Ich muss Zick-Zack-Linien fahren, glaube ich. Oh! Ja, wie hätte ich das verhindern sollen? Kannst du mir das erklären? Schneller fahren geht nicht. Vielleicht kein Zick-Zack, sondern geradeaus. Zwei Panzer. Ja, ich habe es gesehen. Vielleicht ein etwas schnelleres Luftfahrzeug wäre schlau gewesen. Ich stelle mich in die Mitte, dann schießen sie sich gegenseitig ab, hm? Was für ein doofer Plan das war. Was habe ich jetzt für eine Bombe? Oh, nur ein Sturmgewehr. Enttäuschend. this way, through the warehouse. Stay behind me, kid. I got the armor. I'm starting to feel underdressed, dog. My attack's no good when you're dead, you ass. So I guess we shooting our way out of here. Use me as cover, Frank. We don't want to get out front. Ja, mit dem Panzer ist es leicht. Er lebt noch. Schieß mal auf den Feuerlöscher. Oh, gut, ich habe den Arsch. Oh, gut, ich habe den Arsch. Ich fühle mich die richtige Mannschaft. Hey, Frank, du gut? Ich bin cool, Jack. Ich bin hier. Ich bin hier. Wir werden alle Ressourcen zusammengezogen haben aus dem umliegenden Counties. Brauche ich überhaupt Deckung mit dem Anzug? Munition habe ich genug. 4600 Schuss. Wahnsinn. Wo hat er denn die? Oh! Das wird sich aber nicht mehr ausgehen. Und so? F! Wie geht's? Ich brauche nach mir selbst, Mann! Kann man denn Feuerlöscher aufschießen? Ne, da geht nicht raus. Da läuft nur aus. Was? Hey Jack's no good when you're dead, you ass! So I guess we're shooting our way out of here! Now, assholes! Könntest du nicht mal ruhig sein? We ain't got long! Where's the train? Hey asshole! I think they think there's more than one of me! They're pulling back! Okay! Hey! Slip out of town and call Lester for instruction! I got moves! You're wasted at Trevor Phillips Inc., my friend! Jeff got us a break, people! Let's get our train! Was? Wo? Ah, hier! Das ist perfekt gelaufen. Wie konnte man das so timen? Das geht ja eigentlich gar nicht. Aber ich beschwere mich nicht. Sagt los, wir haben jetzt wirklich was verdient zur Abwechslung. Easy, easy! I'm a friendly! Acht Millionen durch, wie viel? Acht Millionen durch, wie viel? You gotta be careful, buddy, alright? Because they are looking around these trains for illegals. And if you're mistaken, you'll be shot, people! If you expect them to bring you up, you're gonna be disappointed, homie! Right back at you! Not the money? Oh, das müssen wir an Ina abliefern? Nee! Sagt bloß! Oh, wir kriegen ein Taschengeld! Das ist alles! Wieso schießen wir nicht einfach Ina nehmen, das Geld? Oh! Oh, das ist doch wahrscheinlich ein Rhein-Fall. Sie werden in der Angelegenheit schießen! Oh! Oh, das Blut, wir spüren für die Sicherheit in diesem Land! Oh! 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 Fall. Kleine Stadt, große Sache. Acht Millionen. Anteil des FIB minus sechs Millionen. Michaels Anteil 443.000. Das ist Peanuts. Für den Aufwand war das gar nichts, mehr oder weniger. Er hat gesagt, treffen wir uns wo? Bei ihm zu Hause? Wenn er meint. Hoffentlich ist Franklin noch in der Nähe. Ich will ja endlich diese Freak-Mission da machen. Und ja, Franklin hat eine Überzahl an Missionen im Vergleich zu den anderen. Michael hat nur die Trevor-Mission hier. Das ist wahrscheinlich der Abschluss vom Raubüberfall. Aber den schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann. Tschüss.